Wenige Tage nach Geburt von drittem Kind, Pietro Lombardi trifft FÜR immer Entscheidung Köln, Pietro Lombardi, 32, ist vor wenigen Tagen zum dritten Mal Vater geworden. Kurz nach der Geburt des kleinen Erdenbürgers traf der Sänger nun eine Entscheidung, die unter die Haut ging. Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rüpa, 28, schweben derzeit im absoluten Elternglück, denn Sohnemann Emilio Ilya hatte am 22. August das Licht der Welt erblickt und seine Familie damit um ein weiteres Mitglied reicher gemacht. Wo andere frischgebackene Eltern jedoch erst einmal in Ruhe die Kennenlernzeit mit ihrem Baby genießen, führte einer von Pietros ersten Gängen offensichtlich ins Tattoo-Studio seines Vertrauens. Das offenbarte der einstige DSDS-Gewinner am Montag in einem neuen Instagram-Beitrag, den er mit seinen rund 2 Millionen Followern geteilt hatte. Darin zu sehen war der Arm des Sängers, der sich in der Vergangenheit bereits diverse Tattoos an. Wenige Tage nach Geburt von drittem Kind, Pietro Lombardi trifft FÜR immer Entscheidung. Köln, Pietro Lombardi, 32, ist vor wenigen Tagen zum dritten Mal Vater geworden. Kurz nach der Geburt des kleinen Erdenbürgers traf der Sänger nun eine Entscheidung, die unter die Haut ging. Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rüpa, 28, schweben derzeit im absoluten Elternglück, denn Sohnemann Emilio Ilya hatte am 22. August das Licht der Welt erblickt und seine Familie damit um ein weiteres Mitglied reicher gemacht. Wo andere frischgebackene Eltern jedoch erst einmal in Ruhe die Kennenlernzeit mit ihrem Baby genießen, führte einer von Pietros ersten Gängen offensichtlich ins Tattoo-Studio seines Vertrauens. Das offenbarte der einstige DSDS-Gewinner am Montag in einem neuen Instagram-Beitrag, den er mit seinen rund zwei Millionen Followern geteilt hatte. Darin zu sehen war der Arm des Sängers, der sich in der Vergangenheit bereits diverse Tattoos an und dann neben der Arm des Sängers, der sich in der Vergangenheit an вокруг ist. Darin zu sehen war der Arm des Sängers, der sich in der Vergangenheit verlor ans입니다.